Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich heute zum Live-Webinar Face Reading Lernen und ich freue mich, dass so viele heute an dem Abend hier live dabei sind, denn es gibt ja viel zu entdecken in unserem Gesicht und in unserer ganzen Ausstrahlung können wir ganz viel lesen und da möchte ich heute etwas Licht ins Dunkel bringen. Alle, die neu sind, einfach mitnehmen in dieses wunderbare Thema, dass uns alle Talente, Begabungen, Bedürfnisse ins Gesicht geschrieben stehen und dass wir sie eigentlich nur lesen müssen und damit eben auch viel mehr Präsenz und auch Erfüllung in unser Leben holen können. Genau, also du bist richtig, wenn du mehr über deine Talente erfahren willst heute, weil wir gucken, wie geht Face Reading überhaupt, wie erkenne ich Talente? Das werde ich natürlich auch ein bisschen in der Theorie kurz andeuten und dann geht es natürlich in die Praxis, dass ich schaue bei euch ganz klar im Gesicht und ich mache kurze Speed Readings und schaue mal, was ich bei euch entdecken kann und was ich an euch erklären kann, ganz praxisnah. Und dann werde ich euch natürlich auch nochmal mitnehmen, wie kann man denn Face Reading lernen? Warum sollte man das vielleicht lernen? Was bringt es? Was bringt es dir? Was bringt es für die verschiedenen beruflichen Anwendungen? Und wenn du vielleicht selbst auch noch auf der Suche bist nach deiner Berufung, dann kannst du natürlich mit dem Face Reading lernen, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich dich selbst noch ein bisschen besser kennenlernen und auch wirklich in die Tiefe gehen mit dem Wissen, was du dir da ja quasi aneignest. Und natürlich auch gucken, wie möchtest du in die berufliche Anwendung gehen, weil jeder Beruf, der mit Menschen zu tun hat, ja, der wird wirklich ganz stark nochmal auf ein anderes Level gehoben, wenn Face Reading dazukommt. Und das möchte ich euch auch noch so ein bisschen nahe bringen, wie das gehen kann und welche Bereiche wirklich auch ganz stark davon profitieren, wenn ihr sie mit Face Reading verbindet. Ich bin natürlich auch immer offen für eure Fragen. Das ist natürlich euch vorbehalten, ihr hier live dabei seid, dass ich auf Fragen eingehe, dass ihr mich natürlich auch wirklich fragen dürft, was euch auf dem Herzen liegt. Genau. Und ja, weil wir jetzt ja diese besondere Zeit haben, Adventszeit, Vorweihnachtszeit, die natürlich auch eine ganz, ganz besondere Zeit ist. Wir gründen uns alle ein bisschen, wir kommen hoffentlich alle so ein bisschen zur Ruhe und natürlich freuen wir uns auch auf das Miteinander, auf das Geben und Schenken und Nehmen. Und heute habe ich auch was zu verlosen. Das habe ich auch angekündigt. Es wird vier, ja, vier Dinge, Dinge, ja, also vier, vier Dinge werde ich verlosen am Ende dieses Webinars. Es lohnt sich also dran zu bleiben und ich bin gespannt, wer zu der Glücklichen oder den Glücklichen gehört. Genau. Also, es geht heute um dieses, die Methode des Face Readings und bevor ich da jetzt einsteige, euch ein bisschen mitnehme, euch erkläre, was man denn so sehen kann im Gesicht. Ein paar Worte zu mir. Es gibt sicher einige, die mich noch nicht kennen. Das freut mich auch immer, dass neue Leute irgendwie zu mir finden. Und das ist auch nie ein Zufall. Das ist immer so schön, das zu spüren, dass es da eine Anziehung gibt. Und ja, ich bin 59 Jahre mittlerweile. Ich bin hier in Köln ansässig. Ich habe zwei Söhne, die erwachsen sind und schon lange aus dem Haus sind. Und ich habe seit, ja, fast 22 Jahren mit dem Face Reading zu tun. Und vorher war ich Fotografin, Fotofilmdesignerin. Also, das ist ein Beruf, den ich wirklich studiert und gelernt habe. Ja, danach habe ich zehn Jahre Drehbücher geschrieben und diese beiden beruflichen Einstiege haben sich auch mit Menschen beschäftigt. Und da habe ich schon viel gelernt und auch viel über mich gelernt. Aber alles hat sich letztendlich verdichtet und geklärt, als ich Face Reading kennengelernt habe oder Psychophysiognomik. So ist der Fachbegriff. Da habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt ist all mein Forschen, all mein Experimentieren mit mir selbst und den Mitmenschen, den Charakteren, die ich in meinen Drehbüchern habe interagieren lassen. Die Menschen, die ich fotografiert habe, die ich versucht habe zu erfassen in den Momenten, in denen sie sich so zeigen, wie sie sind und so weiter. Das alles kann ich jetzt mit dieser Methode auf den Punkt bringen und wirklich auch Menschen was geben. Und ja, mein erster Gedanke, als ich diese Methode kennenlernte und das erste Reading, was ich erfahren habe, was für mich ein Schlüsselerlebnis war. Ich habe so viel, ja, es war so viel Leichtigkeit da drin bei all den Themen, die ich so ein bisschen schwierig fand, auch mit mir selbst und wo ich mich auch wirklich schwer getan habe, das mir schönzureden, was ich da letztendlich alles an Defiziten habe. Das wurde auf einmal so leicht und da gab es Lösungen, da gab es Justierungen, wie ich das ein bisschen anders einsetze und was ich dafür nehme und so weiter. Das werde ich euch gleich alles praxisnah noch vermitteln. Und dann habe ich gedacht, nicht gedacht, es war schon ein Geistesblitz und ihr, die ihr mir schon länger folgt und ihr, die ihr wisst, was für mich auch zum Menschenlesen, zum Gesichterlesen gehört, nämlich die Intuition und die Wahrnehmung mit einzuladen. Ein Geistesblitz gehört so in diese Kategorie, dass wir unsere Intuition einladen und das war eine intuitive Eingebung, die ich damals hatte und die sagte mir, mach das erstmal mit Jugendlichen. Die brauchen das im Übergang von Schule zu Beruf, mehr über sich zu erfahren, um mehr Selbstkompetenz und Selbstbewusstsein zu bekommen und auch sich selbst besser zu managen und nicht immer Spielball zu sein von allen Seiten, von allen, die es gut meinen, aber natürlich auch manchmal irreführende Ratschläge geben. Und das habe ich dann gemacht und ja, dann kamen immer mehr Zielgruppen dazu und irgendwann öffneten sich die Türen und Tore dafür, dass ich eben diese Methode auch weitergebe, ausbilde und ja und Corona sei Dank, darf man ja teilweise gar nicht laut sagen, habe ich mich auch der Online-Welt geöffnet und seitdem bin ich noch erfüllter von dem, was ich weitergeben darf, wie nachhaltig und wie schön es ist, mit Menschen einfach auch über einen längeren Zeitraum zu gehen und diese Methode weiterzugeben. Es sind auch ein paar hier, die in der Ausbildung sind, da werden wir nachher auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das finde ich immer schön, die sind natürlich auch immer eingeladen und herzlich willkommen. Genau, wie geht Face Reading denn? Was ist das denn? Also grundsätzlich ist es wirklich was ganz Konkretes und Packbares. Also das heißt, das ist gar nicht so nebulös, sondern es ist wirklich so, dass wir eine Formensprache lernen. Wir lernen, welche Form hat welche Information in unserem Gesicht, an unserem Körper und wir können diese Formenlehre auch übertragen auf andere Formen. Und das ist schon sehr universell, was wir da lernen. Also wir können letztendlich auch Tiere lesen, wir können auch die Energien, die Formen von Pflanzen wahrnehmen. Warum ist eine Pflanze, erscheint sie uns lieblich? Warum erscheint sie uns kraftvoll? Was kommt da rüber? Und das ist alles eine Formensprache, weil die Formen sprechen zu uns und wir sagen die große Nase oder die fleischigen Ohrläppchen oder der große Mund oder der volle Mund. Das hat alles was zu sagen. Aber wenn wir diese Formensprache lernen, können wir es letztendlich auf ganz viele Bereiche übertragen. Und das ist mega spannend. Also wir interpretieren solche Formen und da gibt es konkrete Bedeutungen, die wir dazu lernen. Und wir schulen natürlich auch unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung, die uns erst mal auch zeigt, boah, was gibt es alles für verschiedene Gesichtszüge, verschiedene Nasen, verschiedene Ohren und so weiter. Und ich werde mit mal ein paar Fotobeispielen jetzt mit euch da reinspringen. Ganz kurz nur, weil ich bin kein Freund von PowerPoint-Präsentationen, sondern ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, mit euch richtig Tuchfühlung aufzunehmen und an euch zu analysieren. Aber wir gehen mal kurz rein, damit ich vielleicht so einen Raum dafür öffne. Also, wie geht Face Reading überhaupt? Das ist die große Frage. Wie geht es konkret? Ich habe schon gesagt, Merkmale können wir sehen. Und wir können wirklich an Hautstrukturen natürlich auch sehen, strahlen diese Merkmale, die wir da sehen. Was hat diese Haut uns für Infos zu geben? Aber erst mal sind es die Formen, die wir uns angucken. Und ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Diese junge Frau hier links hat zwei markierte Punkte hier neben den Nasenflügeln. Und da sitzt unsere Herzinteraktionszone. Und wenn wir da Fülle haben, wenn das weich ist und wenn wir da so reindrücken können, dann haben wir Herzenergie. Herzenergie sehen wir hier an dieser fülligen sogenannten Herzinteraktionszone. Der junge Mann in der Mitte, der hat so Plastiken auf der Nasenspitze. Das ist auch was, was ich oft in meinen Beratungen anspreche. Und sobald ich es anspreche, kommt dann auch, oh, mag ich nicht. Ja, da diese beulige Nasenspitze hätte ich gern anders. Das kommt ja auch oft dazu, dass wir Dinge, die uns ein Talent, eine Qualität widerspiegeln, an uns gar nicht mögen. Und das ist eigentlich ganz, ganz schade. Dafür kann Face Reading auch eine große Lanze brechen, uns mit Dingen, die wir nicht so schön finden, die nicht ins Schönheitsideal passen, zu versöhnen. Also diese Polster hier auf der Nasenspitze sagen, dass dieser Mensch ein gutes Darstellungsvermögen hat, sich selbst gut darstellen kann und eben gut rüberkommt bei dem, was er präsentiert, was er eben auch, ja, was er erklären will und so weiter. Eine so gerade Nase wie rechts bei dieser Frau, die wirklich hier ganz gerade ist, das bedeutet Planmäßigkeit, Gradlinigkeit, weil die Nase steht für die Profilierung unserer Persönlichkeit im Leben. Ein hervorspringendes Kinn im Profil hier wie links, ja, heißt Tatimpuls. So ein Mensch, der springt gerne in die Tat, der ist spontan auch dabei bei irgendwelchen Aktionen, ja. Ich erzähle immer gern die Geschichte, wenn man, ja, wenn man Probanden braucht für einen Live-Einsatz oder wenn man jemanden auf die Bühne holen will, wenn man an jemanden was zeigen will. Bei euch mache ich es jetzt online, aber es gibt ja auch Gott sei Dank ab und zu auch nochmal Präsenzeinsätze. Dann gucke ich immer so, wer hat denn so ein Kinn, wen kann ich denn mal anschauen? Und die sind nämlich meistens auch dafür zu haben, dass sie sagen, ach, ich gebe mir einen Ruck, ich komme. Und so ein Kinn wie hier in der Mitte bei dieser Frau, was so fein und zart und gerundet ist, also sagen wir mal so, nicht sehr breit, sondern eher fein und rund, das steht für Fürsorglichkeit. Und die fülligen Augenbrauen rechts bei diesem jungen Mann bedeuten Leidenschaftlichkeit, die Dinge ganz oder gar nicht machen, reinspringen voller Begeisterungsfähigkeit immer in neue Dinge und eben auch Leidenschaftlichkeit leben. So, und jetzt habe ich euch einfach mal Bilder mitgebracht, die sind alle aus meinem Lehrbuch Einstieg in die Psychophysiognomik, was hier hinter mir steht. Das ist auch quasi so mein Lehrsystem und das sind mal ein paar Bilder über Mundformen. Also die sind in meinem Lehrbuch zum Thema Mund. Der Mund steht für Gefühl und Genuss und ihr kennt alle dieses Sprichwort oder diese Redensart sinnliche Lippen und es, da stellt ihr euch natürlich auch entsprechend volle Lippen vor und die stehen letztendlich auch für einen Gefühlsreichtum und für Genussfreude. Das heißt, viele Sprichworte transportieren auch das physiognomische Wissen. Aber was dieses Bild euch zeigen soll, ist, boah, es gibt so viele verschiedene Münder. Volle, große, schmale, feste, ganz weiche und all diese Facetten der Mundform haben etwas zu sagen. Ja, und die können wir interpretieren. Genau, und das war es auch schon. Ich will nämlich gar nicht so lange mich mit so einer Präsentation hier aufhalten. Ich würde jetzt die Runde aufmachen, wenn ihr Fragen habt und die natürlich auch schon direkt beantworten. Hallo Elina. Hallo Anita und hallo alle. Ich habe eine Frage aber gar nicht jetzt zu dem, was du eben gezeigt hast, sondern zu was anderem aus deinem letzten Video, das du mit uns geteilt hast. Da hast du ja über das Innenohr gesprochen. Dass, wenn das Innenohr halt über das Außenohr geht, dass die Menschen dann praktisch, während sie reden, denken. Wie ist das aber denn, wenn man abstehende Ohren hat, wo das Innenohr ja gar nicht die Chance hat, über das Außenohr zu kommen praktisch? Ja, das kann ich gut jetzt mal auch an deinem Beispiel sagen. Also es ist nicht immer so, dass auch Ohren, die unter Spannung stehen, gar nicht diese herausstehende innere Ohrleiste haben können. Das geht auch beides, aber in deinem Fall ist es so, deine Ohren, die haben eine Elektrizität. Breitformen sind immer elektrische Energie. Wir lernen ja auch die formbildenden Energien. Und wenn da etwas, wenn die Ohren etwas abstehen, dann heißt das, da ist Elektrizität drin. Bedeutet so ein bisschen rebellische Energie auch, auch Gerechtigkeitssinn, Veränderungsenergie. Und jetzt nochmal zu dieser Frage, damit auch alle das nachvollziehen können. Also wenn diese Ohrleiste hier raussteht, wenn von vorne gesehen die innere Ohrleiste, die nennen wir auch Antihelix hier, wenn die von vorne so raussteht wie bei mir. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Aber lustigerweise, ja, ich habe gerade ein Video aufgenommen heute, was auch bald online geht, da erkläre ich das auch nochmal, weil das so ein zentrales Kommunikationsareal ist. Aber für dich, Elina, und für euch alle nochmal, wenn das hier raussteht, heißt es, man ist ein Sprechdenker, man denkt beim Reden, man hat diese Fähigkeit, seelisch zu kommunizieren, über Tiefes zu reden. Und das kommt auch aus einem raus und formt sich beim Sprechen. Wenn man diese Begabung nicht hat, dann heißt das nicht, oh, leider verloren, sondern dann braucht man dieses Sprechdenken nicht, sondern man macht sehr viel mit sich selbst aus. Man hat die Möglichkeit, auch selbst für sich Dinge zu durchdringen und muss dafür nicht den Redevorgang anwerfen. Und es ist auch so, dass man auch nicht unbedingt dieses Bedürfnis hat, weil im Ohr sehen wir unsere seelischen Bedürfnisse, über Tiefstes zu sprechen. Es ist nicht so angelegt und wir sind immer richtig, wie wir sind. Und es ist das eine nicht gut, das andere nicht schlecht, sondern es ist so, wie es eben ist. Und Elina, du in deinem So-Sein musst das nicht unbedingt. Aber du darfst Verständnis dafür haben, wenn das Leute müssen und wenn das ein Bedürfnis ist. Und da liegt nämlich auch der Schlüssel und das Schöne, dass wir natürlich gerne davon ausgehen, ja, so wie wir sind, sind andere. Und dass es uns ungewohnt ist, wenn wir zum Beispiel nicht unbedingt beim Denken reden müssen, dass wir das auch nicht verstehen, wenn jemand da beim Bienchen anfängt und sich während des Redens so die Gedanken formen und dann da die Dinge aus jemandem rauskommen, aus seinem tiefsten Inneren, ohne den langen Weg über den Verstand gegangen zu sein. Und das ist ganz wichtig, dass wir da nicht werten, sondern jedem da diesen Raum geben. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Kommunikationsmerkmal, was das Miteinander wirklich erleichtert. Ja, und von daher, Elina, du bist da einfach anders. Das heißt, du brauchst nicht reden, um zu Lösungen zu kommen, um eben Dinge zu durchdringen, sondern du kannst das sehr gut mit dir selber ausmachen. Ist das klarer geworden? Wo bist du? Jetzt bist du hier unten. Ich bin hier, ja, super. Also es ging mir jetzt gar nicht nur um mich, sondern generell dachte ich, was machen die Leute mit den abstehenden Ohren, wo das nicht so ist. Aber ich kann bestätigen, seit ich das weiß, ich habe eine Bekannte, da habe ich früher immer gesagt, die braucht zu viele Worte. Also ehrlich gesagt, wenn die spricht, denke ich, so komm mal endlich auf den Punkt. Und jetzt weiß ich, also die hat das ganz extrem und jetzt weiß ich, ah, sie braucht das. Und da kann ich ja jetzt ganz anders mit umgehen, weil ich nicht wirklich sehr oft gedacht habe, die klaut meine Zeit, weil die redet so viel zu. Und das finde ich super. Also von daher schon mal vielen Dank, Anita, für diesen total wertvollen Hinweis. Danke, Elina. Boah, so soll es sein. Da kriege ich, da geht mir wirklich das Herz auf. Dieses raus aus der Wertung, sondern wirklich sehen, was ist und das dann auch genießen können. Weil das ist eben auch ein schöpferischer Prozess. Und aus diesen Leuten kommt dann auch oft was ganz Tolles raus, wenn sie das eben auch wertschätzen und wenn sie dem auch freien Lauf lassen und wenn sie dann eben nicht sich auch verunsichern lassen von manchen Reaktionen, die denken, oh, die redet zu viel und so. Ich kenne das am eigenen Leib. Das bringt einem dann manchmal auch ein schlechtes Gefühl. Deswegen alles darf sein. Und wenn wir das eben sehen, dann können wir auch den Raum liebevoll öffnen, können aber auch natürlich sagen, gerade habe ich keine Zeit. Das dürfen wir ja auch immer. Aber nicht so aus einer unbewussten Reaktion heraus, sondern ganz bewusst und eben mit der Wertschätzung, die dann eben das Miteinander viel, viel leichter und schöner macht. Sehr schön. Ja, danke dir nochmal für die Frage. Dann war Silvia noch, aber Silvia kann ich jetzt nicht mehr sehen. Bist du noch da oder möchtest du was fragen? Ah ja, bist du wieder da. Ja, ich bin da. Dankeschön. Guten Abend alle. Meine erste Frage ist, ich lebe in Wien und ob es auch Seminare in Österreich geben wird oder ob es Webinare geben wird, weil die Ausbildung, nehme ich an, ja fortlaufend sein wird. Und da muss man sich ja auch die Zeit dafür nehmen und Ruhe haben, wie du das geplant hast. Ja, liebe Silvia, wenn du Zeit hast, noch ein bisschen zu bleiben über die Ausbildung und wie die abläuft, rede ich gleich noch nach den Analysen. Aber da kann ich dich schon mal beruhigen. Also ich mache die Dinge, diese Ausbildung online. Man kann von überall dazu und man hat letztendlich so ein Gruppengefühl wie heute. Alle, die da dabei sind, die lernen sich eben online kennen. Wir machen auch Readings online und üben online. Und wir treffen uns dann zumindest nicht in dieser Ausbildung unbedingt, sondern die Teilnehmer machen das auch untereinander. Aber es ist keine Präsenzausbildung. Ich bin davon weg, aus gutem Grund, weil wir viel länger zusammenbleiben können und viel intensiver am Thema dranbleiben können, als wenn wir, wie ich es früher gemacht habe, so da mal ein Wochenende, da mal ein Wochenende und rausgerissen werden, immer aus unserem Alltag, uns wieder da reinbegeben, auch in dieses Wissen. Wir bleiben dran, wenn wir ein halbes Jahr, so lange dauert die Ausbildung, miteinander gehen und lernen und wirklich dranbleiben. Und das ist was, was ich nachher noch ein bisschen genauer erkläre. Aber das mal so zu dieser, ja, wo finden Seminare statt? Die finden bei jedem Zuhause statt und mit einem großen Selbstlernbereich natürlich, mit einem Kurs, wo ich nach meinem Lehrsystem dann auch so ein bisschen jeder mit freier Zeiteinteilung lernen kann. Und dann treffen wir uns einmal in der Woche live hier, so wie wir jetzt hier uns treffen. Das ist sehr beruhigend für mich. Vielen Dank. Okay, liebe Anke, dann werde ich mich jetzt mal auf dich einlassen. Genau, dann ziehe ich auch mal, du tust die Brille hoch, ich ziehe sie an. Okay. Liebe Anke, gehst du für mich mal ins Profil, bitte? Ja, sehr gut. Also ganz interessant, liebe Anke. Ich habe jetzt bei dir genau dieses Talent gesehen, wovon wir gerade sprachen. Elina hat gefragt nach dieser Helix, die hier etwas hervorsteht. Ja, also dieses innere Kommunikationsvermögen, das hast du auf beiden Seiten. Das heißt, du bist auch eine Sprechdenkerin. Du kannst sehr gut beim Reden denken. Jetzt, ja, jetzt sehe ich nicht nur an deiner Reaktion, sondern ich spüre auch, na ja, hm, ob ich das wirklich so mache. Genau, und jetzt kommt nämlich ein ganz wichtiger Aspekt. Einzelne Merkmale zu kennen ist super, am allerbesten ist es, wenn wir Zusammenhänge herstellen können, weil in deinem Gesicht, liebe Anke, sehe ich auch ein Merkmal am Mund, was sagt, na ja, so ein Plaudertäschchen bin ich nicht, ja. Ja, genau, du hast nämlich etwas festere Lippen, ja. Die haben hier einen Lippenschwung, also die haben eine ganz besondere Form, darauf gehe ich gleich ein, aber sie sind etwas schmaler und fester. Und Menschen wie du, die etwas festere Lippen haben, denen gehen die Worte nicht so leicht über die Lippen. Die haben eine gewisse Diskretion auch, ja, die haben schon auch von ihren Lippen her eine gewisse Diszipliniertheit auch in der Kommunikation und in dem, wie man jetzt Gefühle rauslässt und so. Du bist da eher kontrollierter, ja. Aber dein Ohr, das möchte gerne, dass du dir ab und zu mal erlaubst, vielleicht auch in einem geschützten Raum, einfach zu reden und Dinge aus dir rausblubbern zu lassen und dich davon überraschen lassen, was da Tolles kommt, ja. Das ist nämlich ein schöpferischer Prozess. Und das ist ganz toll, dass ich dich jetzt hier vor der Kamera habe, weil das zeigt ganz deutlich, dass es eben manchmal auch nicht so einfach ist, gewisse Talente zu leben, weil andere, die so ein bisschen denen den Raum nehmen, ja. Und die so zwei Seelen in unserer Brust so ein bisschen um die Vorherrschaft manchmal kämpfen. Und wenn wir bewusst damit umgehen, können wir natürlich entscheiden. Sprich, du jetzt, Anke, kannst du sagen, aha, okay, das habe ich, diese Fähigkeit, frei zu sprechen und dabei auch wirklich schöpferisch zu reden und auch problemlöse Kompetenz zu haben. Und mein Mund, der sagt dann, nö, nö, mach mal nicht so viele Worte oder das ist jetzt zu viel. Und da kannst du dann frei entscheiden, vielleicht lässt du dem Ohr auch mal ein bisschen Raum, vielleicht probierst du es mal aus und schaust mal, ob das nicht auch sehr erfüllend ist für dich. Weil alles, was im Ohr ist, liebe Anke, ist seelisches Bedürfnis. Das sind unsere tiefen Schichten im Ohr. Und da sollten wir irgendwie immer mal hinschauen, ja. Und du bist jetzt hier und du bist jetzt hier dran und das scheint ein wichtiger Impuls zu sein für dich, da einfach mal zu gucken, ob du da nicht ein bisschen mehr aus dir rausgehen kannst, was dieses Kommunikationsverhalten angeht. Ja? Genau. Genau. Was ich auch sehe bei dir, du hast ein langes Pallium, das ist dieser Bereich und das Pallium hat hier auch ein ausgeprägtes Filtrum. Das sind diese beiden Linien. Und das bedeutet, du bist ein Mensch mit sehr guten Umgangsformen und kannst auch sehr zielorientiert sein. Also du hast auch was sehr Diszipliniertes, ja. Und da ist dieses Thema, sich daneben zu benehmen oder vielleicht gerade das, was wir gerade gehört haben hier, ja, vielleicht den Menschen zu nahe zu treten, indem man sich so äußert und da einfach vielleicht jemandem die Zeit stiehlt oder eher auch zu viel Raum einnimmt, da springt deine Etikette an und sagt, nee, das tut man nicht, da halte ich mich mal lieber zurück. Ja? Ja. Genau. Aber die Umgangsformen an sich sind ja toll. Du bist da auch ganz, ja, also auch begnadet mit so einer Begabung, weil du dich natürlich auch gut benehmen kannst und weil du im Umgang mit Menschen auch eben eine gute Art hast, Menschen auch ihren Raum zu lassen. Ja? Und was ich noch sehe, das ist jetzt so ein drittes oder eine große Komponente, die sehr stark ausgeprägt ist. Du bist eine sehr tatkräftige, willensstarke Frau. Die Tatkraft sieht man auch so ein bisschen hier im Kinn. Genau. Da ist natürlich auch viel Gefühl und Betroffenheit noch mit dabei. Also du kannst schon auch impulsiv sein und hast auch eine Emotionalität dabei. Und du hast ganz starke Jochbeine. Und die Jochbeine, die du hier hast, die haben einen ganz starken Kampfgeist, einen Fleiß, eine Einsatzfreude. Du bist wirklich jemand, wenn du für was eintrittst und wenn du sagst, das will ich, und dann hast du ganz starke Kräfte, da auch dran zu bleiben. Ja? Also das ist auf jeden Fall hier dieser Jochbein. Du kannst auch in Widerstand gehen. Das gehört ja auch dazu. Diese Willenskraft kann auch mal sagen, nein, so geht es nicht. Und dafür einsetzen, dass eben auch Dinge anders laufen. Also da ist viel, viel auch der Wunsch, sein Eigenes, seine Originalität zu kreieren und eben auch eine starke Willensenergie steckt dahinter. Jetzt mal kurz Raum für dich. Jetzt habe ich viel erzählt. Kannst du damit was anfangen? Ich hoffe, der Ton ist jetzt an. Hört man mich? Mhm. Okay. Ja, im gefützten Raum plaudern. Ich glaube, das drückt es. Also wenn ich mich wohlfühle, wenn ich Vertrauen habe, dann öffne ich mich und kann dann auf sehr, ja, auf meiner emotionalen Basis mich sehr öffnen. Willenskraft, ja. Ich kann für eine Sache wirklich wie eine Löwin kämpfen auch. Wenn ich da wirklich von überzeugt bin. Also ich muss da vom Herzen her bei einer Sache sein und dann sprudeln die Ideen in mir und das möchte ich auch gerne umsetzen und muss mich da sogar manchmal ein bisschen bremsen. Ja, mit den Lippen, ja. Ein bisschen schmale Lippen. Ja. Das Kinn war, glaube ich, mit der Energie, ne? Genau. Ja, also ich finde mich da schon wieder, was du gesagt hast. Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön. Ja, also das ist wirklich interessant. Bei dir sind einige Aspekte, also die, die sich so, die ganz stark ausgeprägt sind. Also du bist auf jeden Fall eine Frau mit wirklich Charakter, sagen wir mal so. Ich könnte ganz viel noch an dir lesen. Auch Gegensätze. Also du bist wirklich ein Power-Paket und das heißt, das macht dich auch besonders, ja. Also du bist jemand, der eben auch wirklich ganz, ganz starke Antriebe hat und eben aber auch Sachen, die, die dich vielleicht auch manchmal in eine andere Richtung ziehen. Aber wie gesagt, Gegensätze machen uns spannend und machen auch einen großen Erfahrungsreichtum. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass wir uns so was auch immer vor Augen führen, ja. Dass wir nicht denken, warum bin ich mal so und wann bin ich mal so. Warum bin ich nicht irgendwie so, wie ich mir das vorstelle, immer auf der Spur. Sondern das auch anzunehmen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja. Du bist, also nimm dein spannendes Innenleben und das, was auch so sich zeigt, dankbar an und geh auf die Reise. Und natürlich ist dann so eine intensivere Analyse nochmal ein bisschen zielführender, ist ganz klar. Aber ich hoffe, das Spotlight hat dich jetzt auch schon so ein bisschen angeregt. Ich danke dir, liebe Anke, dass du, dass ich schauen durfte. Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Ja, ich danke dir sehr und ich freue mich sehr. Ich wohne in Münsterland, komme aber am Samstag Richtung Köln gereist. Und wen besuche ich dort? Meine liebe Freundin Elina. Und die kann ja noch ein bisschen weiter in mir schauen. Ach, wie toll. Ihr zwei seid verbunden. Ja, das ist ja fantastisch. Ja, Mensch, Elina. Naja, das ist ja super. Dann könnt ihr euch ja da nochmal ein bisschen die Köpfe zusammenstecken und euch austauschen. Wie schön. Das freut mich sehr, Anke. Ganz toll. Danke dir. Danke dir auch, dass ich schauen durfte. Genau. Ja, schön. Danke, Anni, dass ich schauen darf. Jetzt gucke ich dich mal ein bisschen an. Also wenn ich hier rechts rüber gucke, seid nicht irritiert. Da ist mein zweiter Bildschirm und da ist Anni für mich jetzt hier groß. Geh bitte auch nochmal ins Profil, so wie das eben Anke gemacht hat. Ja. Ein Stück zurück wieder mit der Nase an den... Ja, sehr gut. Okay. Okay, super. Jetzt die andere Seite mal kurz. Okay. Sehr schön. Ja, dann komm wieder zurück. Liebe Anni, also bei dir sehe ich eine sehr, sehr intensive Stirn. Ja, also das heißt, dein Denkleben, irgendwas halt hier, hat jemand, weiß ich gar nicht, wie kommt das? Könnt ihr bitte irgendwie euren Ton ausmachen? Vielleicht hat das damit zu tun. Super, genau. Danke. Also nochmal. Anni, du hast eine ganz, ganz hohe, breite Stirn, die sehr spannend ist zu betrachten. Die springt mich direkt an. Die Stirn steht für unser Denkleben und im Profil ist deine Stirn ganz glatt und geht so ganz rund, gehen alle Stirnschichten ineinander über. Das heißt, du bist eine pragmatische Denkerin. Du kannst ganz viele Ideen, die du hast, auch wirklich systematisch durchdenken und dann auch lösungsorientiert daran gehen. Also du kannst wirklich alles durchdenken, was du beobachtest und wo du hin willst, da geht die Kette weiter, ganz harmonisch und du denkst das alles zu Ende. Also das ist ganz lebendig in dir. Und du hast dazu noch, das könnt ihr vielleicht hoffentlich alle sehen, hier an den Seiten so Linien, die hochgehen. Könnt ihr das sehen? Das sind wie so Linien. Kannst du das selber? Ja, ganz genau. Ganz interessant, auf beiden Seiten so extrem und toll zu sehen. Hier sitzt der Sinn für Ordnung und Systematik. ja und für auch der Zahlensinn. Und wenn das hier so hoch geht, dann gehst du von diesen Basics, also der Logisch und der Ordnung, die wir dann so in den unteren Bereichen erkennen, also gehst du höher, in die höheren Dimensionen des Denklebens. Und das bedeutet konzeptionelles Talent. Du kannst Konzepte entwickeln aus Grundlagen, aus Ideen und bist da auch sehr kreativ, weil es geht hier in den Sinn für Kreativität hier oben rein, deine Konzeption. Ganz straight ahead, hier rein. Und das heißt, du bist eine sehr kreative, konzeptionelle Denkerin. Kannst du damit was anfangen? Total. Also gerade halt auch mit der Lösungsorientiertheit. Das macht Zeit manchmal auch sehr herausfordernd, weil ich auch ein Sprechdenker bin und direkt dann immer allen sage, wenn die halt viele Probleme haben, sage ich direkt, ach, ist doch gar nicht so schlimm, da haben wir ja die und die Möglichkeit. Und das ist eine gute Aufgabe, das zu lernen, mich da mehr zurückzunehmen und ja, jeden seine Lösung entwickeln zu lassen. Genau. Ja, genau. Wenn du gefragt bist, dann darfst du loslegen, ja? Oder in dem Bereich, den du dir aussuchst, also da, wo du letztendlich auch tätig bist oder wo du natürlich auch beauftragt bist, da ist das und für dich selbst natürlich ganz wichtig. Und zu dem, was du eben gesagt hast, dass du natürlich auch sofort irgendwo reinspringst, du hast auch ein Tatimpuls, Kind. Und dazu kommt, dass du auch ein angewachsenes Ohrläppchen hast auf beiden Seiten und das heißt auch Spontanität. Also du bist auch natürlich jemand, der schnell in die Tat geht und natürlich mit dem man auch grundsätzlich Pferde stehlen kann, sagt Mensch, Annie, wollen wir dies und das machen? Na klar, da bist du sofort dabei und hast auch Ideen und so. Und das natürlich auch wirklich ein bisschen zu wertschätzen und damit auch zu haushalten, ist dann die Aufgabe, so wie du es eben schön selbst formuliert hast, ja? Weil du bist auch eine sehr herzliche junge Frau, die natürlich auch viel geben möchte und mit viel Herzenergie unterwegs ist. und da darfst du natürlich auch lernen, das so ein bisschen zu selektieren und auch eben wertzuschätzen, ja? Genau. Also deine Stirn zeigt auch hier diese Dominanz in der Oberstirn, diese Hilfsbereitschaft, die eben auch dazu gehört, zu deiner Motivation zu geben, ja? Aber was ich eben auch erklärt habe, kann man da an diesen etwas leblosen Bildern, kann man bei dir auch sehr lebendig sehen, nämlich du hast hier wirklich auch diese beiden Plastiken auf der Nase, du hast ein gutes Darstellungsvermögen. Also wenn jemand was von dir einfordert, sagt, Mensch, Annie, mach mal, zeig mal, oder präsentier uns mal was oder erklär mal was oder wie war das denn bei dir, kannst du mir das mal nahe bringen, das kannst du sehr gut und dieses Talent scheinst du auch zu nutzen, weil das hier so strahlt. Hast du beruflich was damit zu tun, dass du auch ab und zu mal was zeigst oder darstellst? Ja, also ich habe früher ganz anders gelebt, da war ich eher introvertiert und habe immer gedacht, das bin ich gar nicht, aber ich wusste auch nicht, wer ich bin und dadurch das Ganze, also wird man selbst sicherer und versteht sich und jetzt arbeite ich tatsächlich als Jobcoach und auch als Lebensberaterin und habe halt immer mit Leuten, also ich kann mich so sozial engagieren und gleichzeitig kann ich denen halt was Neues beibringen, kann Lösungen finden und mache halt privat dann auch noch ganz viel, was mir Freude bereitet und gerade das Gesichtswesen finde ich halt mega interessant und spannend, weil es den Leuten dazu verhilft, nicht immer das zu glauben, was sie vielleicht von anderen übergeholft bekommen haben, sondern man erkennt sich und kann seine Talente tatsächlich viel besser leben und einfach die Dinge auch akzeptieren, die man vorher verurteilt hat an sich. Absolut, an sich selbst und auch an anderen, ja, da tut man ja anderen auch oft unrecht, wenn man erstens voraussetzt, das, was ich kann, ist ja nichts Besonderes, das können die anderen auch, stimmt ja auch nicht, ist Selbstreduktion auch und dem anderen überfordern oder die andere und genauso gut, ja, haben wir manchmal immer das Gefühl, die anderen sind besser und wir nicht, weil wir auch, ach, da gibt es so viele Facetten, wir machen das alle irgendwo, aber da bringt das natürlich Klarheit und Jobcoaching klar, da hilft das natürlich ungemein, ja, dass wir wirklich Menschen bestärken können und natürlich auch Vorschläge machen, die mit ihnen in Resonanz gehen, die passgenau sind und nicht einfach, weil, ja, der Trend geht dahin und weil, das habe ich in meiner Berufszeit als Berufsberaterin eben auch erfahren, es ist so schwer, nur danach zu gehen, was man schon für Erfahrungen gemacht hat und wo man, wo man die Frage beantworten kann, ja, das kann ich, das ist nur so ein ganz kleiner Teil dessen, was man an Potenzial hat, ja, und je nachdem, wie viel Raum man hatte von seinen Eltern her oder von der Sozialisation, von irgendwo her, wie man letztendlich auch, welche Möglichkeiten man hatte, etwas auszuprobieren, danach bestimmt eben auch, die Erfahrung bestimmt, ne, und dann kann man sagen, ja, ich kann gut rechnen oder ich kann gut Fußball spielen, aber ob ich ein Instrument spielen kann, weiß ich gar nicht, habe ich nie die Chance gehabt, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert oder ob ich wirklich gut reden kann, weiß ich auch nicht, weil bei uns zu Hause hieß es, reden ist Silber, schweigen ist Gold und ich habe nie viel reden können oder was auch immer. Also es ist letztendlich so, dass das, was wir, und vor allem junge Menschen oder natürlich auch wir im mittleren Alter oder älter auch, haben auch oft ganz viele Dinge, von denen wir denken, die schlummern in uns oder irgendwas ist da noch, das habe ich noch gar nicht entdeckt, diesen Schatz habe ich noch nicht gehoben und da kann natürlich Facewillingen wirklich helfen. Und schön, dass du da auch schon, ja anscheinend auch so ein bisschen Tuchfühlung aufgenommen hast, das finde ich ganz toll. Ja, eine Sache möchte ich noch kurz an dir zeigen, weil die auch sehr ausdrucksstark ist und zwar hier dieser Nasensteg ist im Profil hier auch so ein bisschen nach unten gebogen bei dir, das heißt, du bist auch eine sehr feinsinnige Frau, sehr, sehr feinsinnig und hast ein Gefühl für das große Ganze und Ehrfurcht vor dem Leben mit deiner feinen Empfindungsenergie. Aber wie gesagt, was ich auch eben bei Anke gesagt habe, du bist auch eine Macherin, eine tatkräftige Frau, also du schwebst jetzt nicht hier über dem Boden, sondern alles, was auch an feiner Energie ist, die du hast, ist auch kombiniert mit Bewegung und auch mit Umsetzungskraft, also eine schöne Komponente oder eine schöne Mischung, wie jeder eine schöne Mischung hat. Ich will da gar nicht sagen, schön und nicht schön, sondern du hast deine eigene Mischung und die ist toll. Ja, konntest du damit auch in Resonanz gehen, Annie? Absolut, das ist wirklich, also es hat mich nochmal total bestätigt und das ist schön zu hören. Was mich natürlich noch interessieren würde, ist, ob ich ein musikalisches Talent habe, weil da, also ich probiere die Dinge gerne aus, aber irgendwie kann ich mich noch nicht ganz so dazu bewegen, deswegen würde mich das... Ja, dann zeig mir nochmal dein Ohr ein bisschen genauer. Ja. Genau. Geh nochmal ein bisschen zurück, du bist jetzt sehr im Licht, ja, okay. Das andere Ohr auch nochmal. Ja, das ist interessant. Also, ich würde sagen, Klangverständnis hast du schon, ob du jetzt instrumentelle Begabung hast, das würde ich jetzt mal, da würde ich jetzt mal sagen, das ist nicht ganz so klar, weil, da müsste hier ein kleines Rinnsal durch deine Ohrläppchen gehen und dein Ohrläppchen ist ein bisschen wie so ein Berg und Tal, das heißt, da gibt es Auf und Abs, vielleicht war da mal mehr, das kann auch sein, auch Veränderungen können wir feststellen, aber so ganz aktuell würde ich, wenn du jetzt in ein Reading kämpfst, würde ich nicht sagen, hey, Annie, das strahlt mich jetzt total an, du solltest mal ausprobieren, ein Instrument zu spielen, also das kann ich dir sagen, wenn du das machen möchtest, aus deinem Wunsch raus, also würde ich niemals sagen, hat keinen Sinn, ja, also, aber es geht ja jetzt um dieses Thema wirklich Talent, also, wenn du das anfasst, dann fluppt das so dermaßen, dass man eigentlich gar nicht viel Leistung braucht oder Leistungsbereitschaft, Leistungsbereitschaft, ja, das ist Talent, das ist nochmal eine ganz andere Komponente und das sehe ich jetzt als, jetzt unter diesen Umständen nicht so stark ausgeprägt, kannst du da mit was anfangen? Ja, das ist auch wieder, also es bestätigt mich halt nochmal da drin und dann brauche ich gar nicht mehr so viel Zeit investieren, glaube ich, weil ich dachte vielleicht, ja, macht es nochmal Klick und so, aber ich glaube, das ist mir nicht gegeben, aber ich liebe halt Musik und Tanzen halt, das ja aber ein Instrument ist. Genau, das ist Rhythmus und all das, ne, also du kannst mit Musik natürlich, ne, auch jeder, jeder empfindungsreiche Mensch liebt ja, Musik ist Schwingung, ist Klang, ganz klar, ganz wichtig, aber du musst es nicht unbedingt selbst zur Perfektion in der Produktion bringen, ne, also das geht, muss, muss ja nicht, man muss nicht alles können, ne, genau. Ne, das ist ja schon mal ganz viel und das ist auch schön, dass es, das bestätigt, was ich halt die letzten Jahre so erfahren habe und das ist auch sehr interessant, sich zu beobachten und wie sich das Gesicht tatsächlich verändert. Absolut, ja, jede Lebensentscheidung, jedes Tun und Unterlassen verändert uns. Genau. und da die Nuancen zu erkennen, das ist ganz, ganz spannend, ja, und diese Veränderungen gehen immer schneller, weil wir haben sehr lebendige Zeiten und sind in solchen, haben solche Möglichkeiten auf der einen Seite, um es positiv auszudrücken, ja, aber es ist halt gut, das mit Bewusstsein zu machen, ja, weil, weil wir da auch gut justieren können in unserer eigenen, in unserem eigenen Sein. Genau. Ja, danke Annie, dass ich schauen durfte, freut mich, dass ich dich auch impulsieren konnte. Genau. Vielen Dank, das war wirklich sehr, sehr hilfreich nochmal. Ja, gerne, freut mich sehr. Perfekt, hallo Miriam, oh, dich kann ich auch sehr gut sehen, das ist doch schön, einen kleinen Schluck noch. Ja, dann geh du auch mal ins Profil, liebe Miriam. Warte, warte, bleib nochmal ganz kurz. Ja, okay. Und das andere, die andere Seite auch. Ja, ganz interessant. Mhm. Ja, liebe Miriam, du bist ja auch eine sehr tatkräftige junge Frau, ja, und die hat eine, du hast eine Nase, die Nase steht für die Selbstprofilierung im Leben, die zeigt, dass du wirklich auch gradlinig und pflichtbewusst bist, ja, also du bist wirklich jemand, der auch, ja, dem man nicht die ganze Zeit anstupsen muss, sondern du tust viel auch aus eigener Motivation. und deine Nasenspitze ist genauso mit Darstellungsvermögen gesegnet wie jetzt auch andere vor dir. Das Interessante ist immer so oftmals wie so ein Gesetz der Serie, dass man vieles auch mehrmals sieht. Das habe ich schon oft erfahren in solchen Live-Abenden. Also du kannst dich auch sehr gut darstellen mit dem, was du zu sagen hast, ja, und das scheinst du auch zu nutzen. Und was direkt am Anfang mich so richtig angesprungen hat, Miriam, ist dein Clownskin. Du hast ein richtiges Clownskin, und das heißt, du bist auch ein sehr, jetzt kann man es richtig gut sehen, genau, ein sehr humorvoller Mensch, und Humor ist sehr wichtig für dich, ja, weil du kennst auch natürlich Disziplin und auch dich auch wirklich zu fokussieren auf Dinge, weil eben so eine pflichtbewusste Nase, die gibt schon mal den Ton vor, und auch deine Lippen haben eine gewisse Festigkeit, dass sie auch nicht unbedingt jetzt einfach mit Gefühlsreichtum immer hin und her eher im Gefühlsleben unterwegs sind, sondern dass es auch viel Disziplin im eigenen Gefühlsleben, und da ist der Humor ganz wichtig, so ein bisschen als Gegenbewegung, ja, dass du da auch mal rauskommst, aus deiner starken Fähigkeit, dich eben auch einzusetzen, ja, und auch gründlich zu sein. Auch du hast Spontanität in den Ohren, das heißt, die Ohrläppchen, auch da bist du, du bist auch jemand, der spontan sein kann, und alles auch mal schneller entscheidet, was er da jetzt so tut, und was ich auch bei dir gesehen habe, in den Ohren, Persönlichkeitsentwicklung ist dir sehr wichtig, ja, also das ist ein großes Thema, du bist ja noch jung, so wie du jetzt auf mich wirkst, aber das ist schon so ausgeprägt, das ist diese Linie hier im Oberohr, wenn man die so deutlich sieht, ja, man sieht sie hier, ich zeige nochmal das genau da, und das andere Ohr auch, genau, also die sieht man hier auch, und das heißt, es ist wichtig für dich, dich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht hier, aber es ist schon auch ein seelisches Bedürfnis, ja, du bist eine sehr hilfsbereite Person, das sehe ich an deiner Oberstirn, die auch glänzt, alles was glänzt, wird genutzt und gelebt, also soziales Denken, ethisch-moralisches Denken, Sinnsucherin, bist du auch, liebe Miriam, also für dich ist es sehr wichtig, dass die Dinge auch einen Sinn geben, und dass sie, ja, dass du dahinter stehen kannst, und dann kannst du auch wirklich losgehen, und mit viel Einsatzfreude auch dich engagieren, ja, und es gibt auch einen visionären Zug in dir, ne, das macht so eine Oberstirn auch, und deine Ohren sind etwas höher angesetzt, also du bist schon auch auf höhere Ziele auch ausgerichtet in deinem ganzen Sein, ja, und deine Wahrnehmungsfähigkeit ist auch sehr hoch, du hast eine sehr feine, helle Haut, die eben auch viel mitkriegt, ja, und viel reinlassen kann, und viel spüren kann, das gehört auch noch so zu deinem Repertoire, genau. Ja, kannst du damit was anfangen, mit den Sachen, die ich gesagt habe? Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ja? Ja. Ist das ganz neu für dich, das Face Reading? Ja, ich bin über Eric's Stand-Up auf das Thema gestoßen, und da war aber inhaltlich immer, ich würde mal sagen, du gibst mir Hinweise, die konkret sind, wo man was festmachen kann, und da bin ich bei dir hängen geblieben, und das ist jetzt so seit zwei Wochen etwa, denke ich. Das ist auch so über YouTube, über YouTube auf mich, ja, ja, schön, das ist doch toll. Also vielen Dank für den Content auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gerne, ja, toll, also du bist in einer tollen Strahlung, und nutze auch wirklich deine sensible Empfindungsenergie, balanciere das schön aus, weil die tatkräftige Bewegungsenergie, die ist auch sehr stark, sodass du da beides kennst und beides wertschätzt, ja, und auch immer wieder deine feinen Nerven und deine feine Reizverarbeitung auch wertschätzt und die auch immer mal gut fütterst, mit tollen Reizen, genau. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage. Bitte? Ich weiß nicht, ob man das sieht, da ist so. Ja, ein kleines Grübchen, ne? Ja. Ja, okay, dann kann ich das auch noch erklären. So ein kleines Grübchen heißt, dass du, liebe Mirjam, durch Lob und Anerkennung sehr stark zu motivieren bist, ja, und dafür auch viel tust, weil das natürlich eine, eine, ein Antrieb ist, ja, und das heißt, es ist auch so eine, so eine Leistungsbereitschaft, die dadurch auch entsteht, wo man eben auch eine gute Rückkopplung kriegt. Da muss man immer aufpassen, dass das nicht zu überpastet, ne? Also, dass du, das ist natürlich schon, das holt dich auch so ein bisschen nach vorne und, ne, macht dich natürlich auch leistungsbereit, aber immer beobachten, ja, weil, es geht jetzt ein bisschen in die Tiefe, aber da steckt manchmal auch das Bedürfnis drin, dass wenn man, ja, wenn man viel tut und gute Rückkopplung kriegt, dass man dann auch seine Verletzlichkeit nicht so preisgibt, ja, und da ist es ganz schön, wenn man vielleicht die Verletzlichkeit zur Stärke macht, dann braucht man nicht mehr ganz so viel tun, um mit sich mit dem Lob auch immer zu verbinden, um sich so ein bisschen schadlos zu halten. Also, das nur ganz kurz und das ist jetzt kein, aber wenn du da jetzt wissen willst, dann ist das so eine Info. Kannst du damit was anfangen? Sehr, sehr hilfreich. Dankeschön. Ja, ja, wunderbar. Das freut mich. Ja, danke Mirjam, dass ich schauen durfte. Wunderbar. Das ist schon mal so ein kleiner Slot gewesen. Gibt es Fragen dazu? Habt ihr Fragen zu diesen Infos, die ich jetzt gegeben habe? Ja, ich wollte nochmal fragen, ich habe das eine nicht mitbekommen, wo du erklärt hast, der Nasensteg geht nach unten und was ist das ein feines Gespür für? Ja, der Nasensteg ist im Profil ausgerundet. Ah, der geht nach unten. Also, das heißt, der ist gerundet. Das bedeutet eine starke Feinsinnigkeit und hinter der Feinsinnigkeit steckt, wenn sie eben auch noch mit Empfindungsenergie verbunden ist, dass man eben auch, zum Beispiel nicht einfach eine Ameise tot tritt, wenn die da im Weg ist oder eben eine Mücke oder so, sondern dass man eine gewisse Ehrfurcht vor dem Leben hat, dass alles, jedes Lebewesen auch seinen Platz hat, dass man eben auch so dieses, die gesamte Schöpfung sehr wertschätzen kann und Ehrfurcht vor dem Leben hat und eben auch, ja, eine Verbindung, also auch spürt, dass alles miteinander verbunden ist. Das ist auch damit gemeint. gemeint. Also, es ist eine ganz starke Empfindungsenergie, ja. Ah, okay. Ja, gut. Danke, Laura, für die Frage. Hat sonst noch jemand eine Frage? Ich habe noch mal eine Frage, wenn ich darf. Na klar. Du hast eben gesagt, alles, was glänzt, wird gelebt, praktisch. Also, wenn man irgendwo glänzt, dann wird das Talent gelebt. Und was ist, wenn sich Rötungen zeigen? Hat das auch was zu bedeuten? Ja, ja, also, das ist natürlich auch, je nachdem jetzt, wo Rötung ist. Also, es gibt auch Dinge, die kennt ihr alle. Rote Ohren heißt, oh, ich bin emotional wirklich jetzt beteiligt, ja. Gut, da ist eine Emotion, die raus ist. Wenn wir, wenn wir hier zum Beispiel gerötet sind, dann ist unsere Herzenergie ganz aktiv, dann sind wir wirklich da noch mal ein bisschen under fire, ja. Es kann aber auch natürlich sein, dass Rötungen auch eine Überreizung darstellen. Also, das geht dann auch wieder so ein bisschen in Pathophysiognomik, dass wir sehen, dass da vielleicht das Feuer auch so ein bisschen entzündlich ist. Also, dass da ein Areal auch wirklich so ein bisschen in Stress gerät. Also, da gibt es viele Facetten. Also, die Haut kann viele Farben haben. Das kann wirklich, ja, je nachdem, Strahlung ist immer eher dieses Lichtvolle, dieses, da ist etwas lebendig. und es wird gelebt. Und dann gibt es ganz viele andere Facetten auch. Aber vieles, was jetzt so ganz in die einzelnen Färbungen reingeht, das machen wir in der Psychophysiognomik nicht. Das gehört dann wirklich in diese Gesundheitsphysiognomik. Die nennen wir Pathophysiognomik. Also, das ist jetzt auch sehr spezifisch. Was wir wahrnehmen, ist Strahlung drin, ist Stress drin, ist Überreizung drin, oder ist eben auch dieses Situative, was ja auch manchmal, wenn wir rot werden, wenn Dinge gerade lebendig sind, wenn da das Blut reinschießt und so was. Das sind Sachen, die wir natürlich auch situativ beurteilen. Genauso wie Mimik und Gestik, die ja auch ein Stück weit dazugehören. Oder welches Areal gerade spricht, welches Areal angetriggert ist, welches Areal uns quasi, mit uns in Kontakt geht. Das haben wir im Miteinander oder in der Analyse-Situation auch ganz oft. Super. Dankeschön. Gerne. Ich habe noch mal was Fragen. Ja, Laura. Das mit dem musikalischen Talent, das ist, ich erinnere mich an unsere Sprich, also ein Klangverständnis zu haben, aber kein stark sichtbares musikalisches Talent. Das ist also so eine Furche, die man dann eventuell hat im Ohrläppchen? Genau. Das ist wie so ein kleines Rinnsaal hier im Ohrläppchen. Das heißt, das ist ganz besonders ausgeprägt, dass man auch das Musikverständnis, was teilweise im Oberohr angesiedelt ist und das Klangverständnis ist im Mittelohr, also das ganze Ohr, weil es eben unser Schwingungsorgan letztendlich ist. Das nimmt ja auch wahr. Da ist jetzt unser Gleichgewichtssinn. Alle Areale haben im Grunde genommen was mit der Musikalität oder der Schwingungsfrequenz von Musik zu tun. Aber hier unten sitzt das Materielle. Also kann ich Musik auch in, also wirklich umsetzen? Also kann ich Musik auch produzieren? Ja, und das ist halt noch mal ein anderer Aspekt. Und wenn das wirklich ein Talent ist, dann fällt es eben auch leicht, ein Instrument zu lernen. Jeder kann ein Instrument lernen. Da müssen wir immer gucken. Es gibt auch Menschen, die haben sich das angeeignet, aber ein Talent heißt eben, es geht sehr leicht. Und das durfte ich auch in meiner Jugend wirklich erfahren. Ich habe zwei Geschwister, wir haben alle Klavier gelernt. Wir waren jahrelang im Klavierunterricht, weil meine Mutter talentiert ist, mein Großvater talentiert und die hatten alle nie Unterricht aus den bekannten Gründen in dieser Kriegsgeneration oder direkt danach, war es nie möglich, das zu machen. Und dann ist natürlich die Intention, meine Kinder sollen das aber kriegen. Und wir alle drei völlig talentfrei. Ich habe sieben Jahre Klavier gelernt. Ich kann nichts. Ich kann gar nichts. Und ich habe immer wieder von vorne angefangen, wenn ich irgendwo mal vorgespielt habe und dann da wirklich Blutschweiß und Tränen mir was beigebracht habe. Und dann habe ich das drei Monate nicht gespielt, dann konnte ich wieder von vorne anfangen. Und ich habe immer gedacht, lerne ich es nie und es ist auch wirklich so. Und dann hatte ich eine Nachbarin, die hat sich ans Klavier gesetzt, ein ganz unscheinbares Mädchen und die fing dann an, alles nachzuspielen, was ich nachgespielt habe. Ich habe gesagt, so, nie mehr setze ich mich an ein Klavier. Nie mehr. Und dann habe ich gesagt, also wenn jemand gefördert werden muss, dann sie und nicht mehr ich. Und so ist das. Das Thema Talent hat eine besondere Bedeutung. Es ist nicht so, dass man sich was, ich meine, ich hatte auch gar keinen Bock, Klavierspielen zu lernen. Das fand ich damals total uncool. Also wenn, dann hätte ich vielleicht Gitarre oder sowas. Also das war für mich einfach, ach, ich habe auch dauernd nur meine, meine Mitschülerinnen da bestochen, dass die auch mal irgendwas nochmal aufkriegen. Ich hatte wirklich keinen Bock und ich habe es nicht geschafft, meine Eltern da so zu enttäuschen. Das ist wie man das halt manchmal so in der Jugend hat. Aber es ist ganz wichtig, dass wir trotzdem Menschen würdigen, die sich auch durch Willenskraft irgendwie was draufgeschaufelt haben. Das ist ja nicht verkehrt, wenn sie das dann auch gut können. Aber es ist trotzdem einfach so, Talent heißt, es geht leicht und man kann mit wenig Energie Höchstleistungen erzielen. Ich muss es auch immer üben. Ich muss die ganzen manuellen Fingerfertigkeiten, ob sei es das Klavier oder Gitarre oder Flöte, immer alles üben. Anders ist es bei Stimme und Singen, das flutscht viel leichter. Das höre ich und dann geht das ganz schnell, dass ich das nachsingen kann, rhythmisch oder melodisch oder so. Ich denke, das ist eher das ganze Ding mit dem Klang, Stimme, Stimmung, was ja eh mein Thema ist. Genau, genau. Ja, genau. Und das ist doch schön, wenn man da ein bisschen justieren kann. Genauso wie es jetzt da Miriam gesagt hat. Oder ich weiß nicht, wer es war. Mein Namensgedicht ist schlecht, zieht man hier oben an der Stirn. Also auf jeden Fall gab es eine von den Analystinnen hier, die gesagt haben, ja, dann brauche ich da nicht mehr so viel Energie reinstecken. Und das ist toll, weil die Energie habt ihr frei für das, was leicht geht. Und das ist halt letztendlich auch dieser wunderbare Gewinn, wenn wir da eben auch so ein bisschen von Vorstellungen wegkommen, die wir haben, wie wir sein sollten, wo wir hinwollen, die aber nichts mit uns zu tun haben, die von außen kommen. Und das ist halt eben der große Vorteil, dass wir da eben unsere Individualität anschauen und zur Messlatte machen und nicht, was hätte der Papa gern gehabt, die Mama gern gehabt oder was möchte mein Mann, was fänden meine Kinder toll, was ich machen sollte. All das fällt weg und das ist auch gut so. Und wir können für uns einstehen und wir können auch anderen Menschen dazu verhelfen, für sich einzustehen, wenn wir ihnen sagen können, was sie letztendlich für Schwerpunkte haben. Okay, wir fahren in dem Gebiet. Mir geht es ähnlich wie der Miriam. Ich bin auch erst vor zwei Wochen, drei Wochen wirklich zufällig oder nicht zufällig auf YouTube auf dieses Face-Reading gestoßen. In deinen Videos, Anita, kam immer so, dass es ja um Wertschätzung geht, ja. Und das habe ich jetzt hier voll erfahren heute Abend bei den Readings. Finde ich ganz, ganz toll. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Und die Frage jetzt von mir ist, du sagtest, dass du zu Beginn das jetzt mit Jugendlichen gearbeitet hast. Darf ich das jetzt so verstehen, dass du auch Unterstützung geleistet hast bei der Berufswahl? Genau. Ja, sind da die Eltern auf dich zugekommen oder wie lief das ab und haben die das dann auch beherzigt? Hast du ein Feedback bekommen? Das fände ich jetzt ganz spannend. Ja, ja. Also ich bin zehn Jahre wirklich intensivst als Berufsberaterin unterwegs gewesen. Also ich habe diesen Ruf gespürt, das habe ich ja kurz skizziert und ich habe sofort losgelegt und gesagt, das will ich machen. Ich habe das überall verteilt, gesagt und so weiter. Und dann sind eben auch Resonanzen entstanden und ich habe dann ganz schnell, also ich war noch nicht mal mit der Ausbildung fertig, bei einer Firma angefangen, die Schülermessen veranstaltet hat, im großen Stil, also der Marktführer hier in Deutschland, die große Messen mit 300, 400 Ausstellern im Bereich Berufsorientierung gemacht haben. Und da habe ich eine Abteilungsstudien und Berufsberatung aufgebaut, ohne Pädagogikstudium, ohne Psychologiestudium, einfach weil, ja, ich habe eine persönliche Verbindung über meine Kinder. Auf einmal war da jemand, der gesagt hat, ach, ist ja interessant. Und dann bin ich da rein und bin richtig da in Verbindung gegangen. Also das war einfach dann so. Und dann habe ich da gearbeitet. Und das war, ich war frei bei dieser Firma, ich war nicht angestellt und ich habe Berufsberatung gemacht, Tagesberatungen und natürlich auch ganz viel an Schulen, ganz viel auf Messen eben auch die Vorträge gehalten und, ja, und die ganzen Themen auch drumherum, Selbstpräsentation, Bewerbung und alles mit selbst, mit dem eigenen Selbstverständnis auftreten und für sich eintreten. Das hat alles mit da reingespielt. Und da habe ich sehr viele Erfahrungen machen dürfen, die mir natürlich jetzt alle zur Verfügung stehen, um sie auch weiterzugeben. Und ich bin da wirklich direkt in die Praxis. Und ich glaube, das unterscheidet mich auch von vielen, die meiner Kollegen, dass eben viel, dass ich einfach, ich habe das genommen und ich bin einfach erst mal alleine los. Und ich habe erst nach zehn Jahren eigentlich angefangen, ach, was gibt es denn so rechts und links? Wen gibt es denn da noch? Ich bin ganz viel einfach so aus meiner eigenen Motivation da los und hatte halt einfach die, das große Glück, da auch sehr viel positive Rückmeldung zu bekommen. Und ich kann dir sagen, also wenn du das jetzt mal so fragst, dass natürlich, also das waren sehr hochpreisige Coachings, mit denen musste ich auch erst mal, naja, egal, es war halt eine Firma, die hat das innerhalb dieser, ihres Angebots auch natürlich so angeboten. Und dann gab es natürlich auch mal von ganz betuchten Eltern mal so Rückfragen, ja, in welche Hände geben, wenn wir da unsere Kinder, was kann denn die Frau, was hat die denn für ein Background? Und dann gab es dann schon immer mal Anrufe, ja, ich bin Fotofilmdesignerin und ich habe eine sehr spooky Methode, mit der ich da rein, also sie müssen aber ihr Kind nicht zu mir schicken. Aber meistens war das einfach dieses Empfehlungsmarketing. Also die Leute haben einfach, es gab keinen, der gesagt hat, nee, dann mache ich das nicht. Ich habe denen immer gesagt, muss er nicht, ist ja freiwillig, aber ich sage denen gern, was ich mache und was ich kann. Ich mache es einfach vom Herzen her und meistens, es war einfach Empfehlungsmarketing. Ich habe ganze Familien, ganze Dynastien, ganze, weiß ich nicht, Räume letztendlich sind dann irgendwie gekommen, einer nach dem anderen. Also es war einfach, es war viel, viel Empfehlung. Und ich meine, jetzt arbeite ich schon anders, bin ja auch ein bisschen mehr auf Social Media unterwegs, aber damals war das ganz klar. Und ich hatte natürlich eine Wahnsinnsplattform durch die Messen auch immer wieder in mich zu zeigen. Das war halt alles sehr in Präsenz, aber es war ganz toll, um jetzt auch wirklich zu merken, was ich für ein Glück hatte, wie viel ich praktisch eben auch analysieren durfte. Ja, genau. Also ich bin ein absoluter Fan von allen, die sagen, boah, ich habe auch Bock, mit Jugendlichen zu arbeiten. Die brauchen das. Es ist wirklich so wichtig, mit Jugendlichen zu arbeiten, die jetzt auch alle aus dieser Zeit, dieser Pandemie, Post-Pandemie, mit so vielen Fragezeichen da jetzt ins Leben gehen. Also das ist so wertvoll und die sind so offen. Also ich kann nur sagen, also wer da irgendwie einen Herzensruf spürt, bitte, bitte. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass das wirklich gebraucht wird und dass es dafür einen Markt gibt und dass es einen großen Bedarf gibt und dass Face Reading da eine unheimlich gute Methode ist, um auch da schneller zum Ziel und vor allem mit Jugendlichen direkter zum Ziel zu kommen, weil Ratschläge haben die alle zuhauf. Und die fragen sich dann alle ja toll, aber hat das was mit mir zu tun? Kann ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe ja, und wenn man dann aber Face Reading hat, dann kann man da viel anders, ganz anders motivieren und die Jugendlichen verstehen sofort, die redet von mir. Ha, da ist ja endlich mal einer, der von mir redet und nicht irgendwie nur sagt, wäre schön, wenn du, sondern da sieht mich mal jemand und das ist ja auch so wörtlich zu meinen, jemanden sehen, wie er ist und auch anschauen, allein schon dieses Prozedere. Ich nehme mir Zeit, ich schaue dich an und dann rede ich über dich und habe nicht irgendwelche Theorien im Kopf oder habe Fragebögen oder habe was weiß ich, was erst mal den Kopf wieder einschaltet und so weiter. und das ist wirklich, also dafür kann ich, da könnte ich stundenlang drüber reden, ich muss aber jetzt natürlich mich auch ein bisschen sortieren, weil es gibt vielleicht auch noch andere Fragen, aber danke für deine Frage. Also wenn, wenn ihr da wirklich das Gefühl habt, das könnte mein Weg sein oder meine Berufung oder ich habe auch Kinder, die mir spiegeln, da ist ein Bedarf, macht es, ja. Also macht es wirklich, ob ihr jetzt bei mir lernt oder jemand anderem, aber ich bin da absoluter Fan von. Ganz herzlichen Dank für deine Antwort. Man merkt, dass du das wirklich mit Herzblut machst und das ist sehr schön. Ich finde es vor allem für mich auch eine ganz neue Art der Begegnung, Form der Begegnung, weil es halt tatsächlich mal nur ums Gegenüber geht und ich glaube, das brauchen alle Menschen mal. Ja, absolut. Ja, und es ist für jedes, jedem Berufsfeld ist es natürlich eine Wahnsinnsbereicherung, wenn man diese Kompetenz hat, ja, und diese Wertschätzung auch. Ja, vielen, vielen Dank. Auch für deine netten Worte. Dankeschön. Ja, jetzt gucke ich mal, ich weiß nicht, wer zuerst, ihr kommt alle dran. Tanja? Tayana. Tayana, sorry. Kein Problem, kein Problem. Ja, ich glaube aber, Anke war vor mir, aber ich kann vielleicht kurz mich anschließen, weil ich habe gerade das Thema mit meiner Tochter und das hat mich jetzt gerade so berührt, als du das erzählt hattest, weil es gerade ganz schwierig ist, die ist 18, hat Abi gemacht und ich habe jetzt auch, ich bin auch erst seit zwei Wochen auf dich aufmerksam geworden und fand das schon immer spannend, das Face Reading und kann das auch super für mich dann umsetzen in meinem Job. aber jetzt, mein Mutterherz ist gerade gehüpft und ich dachte und wollte an dich fragen, ob du das anbietest und war jetzt auf deiner Seite parallel, weil ich mich noch gar nicht intensiv damit beschäftigt hatte und habe gesehen, dass man das bei dir buchen kann und ich glaube, das werde ich in Anspruch nehmen für sie, vielleicht schenke ich sie zu Weihnachten, weil ich denke, ja, das ist super, das ist so einfach und so, 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 so direkt. Ja, und ich bin ganz begeistert, was ich jetzt gesehen habe bis jetzt, bin auch ganz neu, also ich kenne das aus, aus meinen Beratungen, wenn man den Stiltyp findet, da gucken wir auch auf Haut und Kinn und so, ich wusste, das Kinn, das ist Kraft und da schätzen wir den Typen ein und ja, und wollte mich noch mal bedanken, ich wäre natürlich gerne drangekommen, weil ich das so spannend fand, aber alle, wie wir alle und habe aber jetzt das mitgenommen, auch aus deiner Erfahrung, dass du, glaube ich, jemand bist, der uns helfen könnte. Oh, wie schön, vielen Dank, das freut mich, guck mal hier, was wir gerade gesagt haben, wie meine Herzbäckchen bei diesem Thema, wie rot die sind, ja, 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 jetzt guckt euch das mal an, sehr schön, ja, nee, also ganz schön, vielen, vielen Dank, klar, schick deine Tochter gerne zu mir als Geschenk oder wei sie ein, wie auch immer, also ganz gerne, also das freut mich sehr. Technisch allein, genau, buche ich das über deine Seite? Ja, du kannst dann direkt einen Termin buchen über Calendly, also du kannst es direkt buchen und das ist, also die Beratungen sind ganz einfach, zwei Stunden sind das, du kannst nur ein Reading buchen, aber wenn Beratungen dabei sind, zwei Stunden, Face Reading Plus heißt das, habe das sehr einfach strukturiert, mein Angebot, genau, ja. Okay, ja, das finde ich eine schöne Idee. Okay, danke. Liebe Anke, du wolltest auch noch was fragen. Ja, eigentlich ganz kurz und zwar arbeite ich selber als Kursleiterin im musikpädagogischen Bereich und unterrichte, mache Eltern-Kind-Kurse für Kinder von anderthalb bis drei Jahren. Jetzt die Frage, in dem Alter, anderthalb bis drei Jahre, kann man da auch schon was erkennen? Ja, natürlich. Okay. Wir machen jetzt irgendwie im zweiten Teil der Ausbildung auch Kinderanalyse. Es ist ganz verrückt, wie viel man jetzt auch schon, also ich kann mal so sagen, am Ohr kann man natürlich ganz viel erkennen, weil die Ohren sind ja quasi schon fertig, wenn ein Säugling geboren wird und man kann die Naturelle schon erkennen bei den Kleinstkindern und ich kann einfach sagen, aus meiner über 20-jährigen Erfahrung, die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, sie sind schon kleine Persönlichkeiten, noch viel mehr als früher. Dieses totale Kindchenschema, wovon man früher ausging, na ach, da sind alle so kleine Butten und die sind alle noch so irgendwie so ein bisschen stupsig noch so und so. Es ist nicht so. Es ist wirklich krass, wie individuell schon die kleinen Kinder geformt sind, sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen ein bisschen stilistisch, aber es ist so und von daher kann ich nur sagen, ja, also auch da kann man schon ganz, ganz viel Unterstützung auch für die Eltern geben, weil sie ihre Kinder dann anders sehen lernen und fördern können und nicht mehr vergleichen und den ganzen Bums, der ja auch so schwierig ist. Also das und viel mehr Sicherheit geben, auch mit ihren Kindern, ja, und in die Verbindung gehen. Also ganz, ganz wichtig, ja. Ja, das wäre für meine Arbeit einfach auch wichtig, weil mir liegt es am Herzen den Eltern zu sagen, nehmt euer Kind so, wie es ist und versucht es dich in irgendwelche Richtungen zu biegen und ja, das kann meine Arbeit noch mal unterstützen. Auf jeden Fall. Und meine Tochter studiert in Köln, meine Tochter studiert in Köln, die werde ich auch noch vorbeischicken. Ah ja, okay, mach das, ja schön. Dankeschön. Ja, super, vielen Dank, genau. Ja, fantastisch. Okay, ihr Lieben, also ich gehe jetzt mal wirklich ganz schnell, weil es gab jetzt so viele Fragen, gehe ich noch mal kurz am Bildschirm durch, ein paar Infos zur Ausbildung, weil ich glaube, hier sind einige, die das interessiert, was mich natürlich total freut, weil es ist ja mein Herzenswunsch, immer mehr Menschen auch damit auf den Weg zu schicken und auch da ein Stück weit Unterstützung zu geben. Also nicht nur, dass ich, sondern ihr alle solche Analysen machen könnt. Also Ausbildung zum Face Reading Coach, das, so heißt mein Angebot. Es ist eine Ausbildung, die online basiert ist, das habe ich schon gesagt. Es geht darum, dass wir ein halbes Jahr zusammenbleiben und ein halbes Jahr heißt, zweimal drei Monate, so ist die Ausbildung eingeteilt. Erster Teil ist wirklich Grundlagen lernen, das, was wir jetzt so ein bisschen gemacht haben. Die Gesichtsareale mit ihrer Bedeutung lernen, die Naturelle, die Energien. Wir üben viel in einer, in den wöchentlichen Lives. Also einmal die Woche ist Pflicht, ein Live mitzumachen. Und ja, wir werden dann auch, es gibt dann auch eine kleine Hausaufgabe. Aber da auf so Kleinigkeiten will ich jetzt gar nicht eingehen. Also Grundlagen und dann im zweiten Teil, die zweite drei Monate, vertiefen wir das Wissen, gehen nochmal in die Anwendung, wir gehen in die Zusammenhänge rein, wir machen Biografiearbeit, wir machen Beziehungen. Wie kann man zwei Menschen miteinander in Beziehung setzen? Auch da gibt es natürlich berufliche Möglichkeiten, in die Paarberatung zu gehen. Wir machen Berufsberatung, Lebensberatung, sowas wie Eltern-, Familienberatung, Teambuilding, also diese ganzen Themen. Und ganz wichtig, wir schulen unsere Intuition. Also Face Reading, so wie ich es lehre, ist keine Kopfangelegenheit. Und wir nehmen nicht nur den Verstand hinzu, sondern auch wirklich unser Herz, unsere Wahrnehmung und eröffnen uns da für die anderen Menschen. Und es ist für jeden eine Bereicherung, das überhaupt mal so auf Dauer zu praktizieren und dran zu bleiben. Und ja, es macht mir echt eine Wahnsinnsfreude. Ich habe auch so eine tolle Truppe. Gerade sind ja wieder einige da. Und dann nehme ich euch mal ganz kurz in den Kursbereich. Also ihr habt einen Online-Kursbereich, wo ganz viele Inhalte drin sind. Also wo natürlich auch ein paar nützliche Sachen drin sind, aber eben auch ganz viele Themen und wo ihr dann Videocontent habt mit Arbeitsblättern und ganz viel Material. Und dann eben dieses Wissen in den Lives übt, besprecht und eure Fragen stellt dazu. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt dann da Fotos mitbringen und so weiter. Und die Teilnehmer sind untereinander natürlich auch nochmal durch eine Chatgruppe, Messengergruppe verbunden. Genau. Also und jetzt natürlich auch Pricing. Also wir bleiben ein halbes Jahr zusammen. Also ihr seid, ihr solltet auch diese Zeit haben. Auch einmal in der Woche. Im Moment ist es mittwochs von halb sieben bis halb neun an den Lives teilnehmen zu können. Die werden natürlich trotzdem aufgezeichnet. Und wenn ihr nicht teilnehmen könnt, ist das jetzt kein Problem mal. Aber ihr habt einfach mehr davon, wenn ihr regelmäßig dabei seid. Und das der der Preis ist 2950 Euro plus Mehrwertsteuer noch bis 31.12. Ihr wisst, alles wird teurer und ich werde nächstes Jahr auch ein bisschen aufschlagen. und deswegen alle, die jetzt sagen, oh Mann, ich habe Bock und ich will. Es ist auch meine letzte Live-Veranstaltung jetzt, die so informell ist dieses Jahr. Ihr dürft natürlich super gerne ein Beratungsgespräch bei mir buchen. Also ich mache jetzt mal die Bildschirmpräsentation weg, dass wir uns wieder mehr sehen. Ein Beratungsgespräch könnt ihr auch über meine Seite buchen, ein kostenloses, wo ihr auch noch mal Infos oder wo ihr noch mal sagt, komm, ich will noch mal genauer wissen, ist es auch wirklich für mich? Ich weiß noch, wie läuft es ab, wie viel Zeit? Oder die Fragen, die jetzt noch übrig geblieben sind. Also das dürft ihr natürlich auch. Aber wer jetzt auch was wissen will dazu, darf natürlich jetzt auch noch fragen. Ich nehme mir auf jeden Fall die Zeit. Ich gehe mal davon aus, die bis jetzt geblieben sind, die wollen auch noch ein bisschen was wissen. Also ihr dürft auch noch mal eine Frage stellen. Genau. Ich wollte nur mal nachfragen, halb sieben bis halb ist das abends? Ja, genau, natürlich, genau, abends. Also die Termine sind abends und das ist im Moment, also bis Ende des Jahres, wenn noch mehr Leute dazukommen, gibt es noch einen Ausweichtermin irgendeinen tagsüber. Aber im Moment ist es der, also wenn ihr jetzt sagt, ja, müsst ihr mittwochabends können. Genau, ja. Danke. Ja, gerne. Dankeschön, Anida. Katja? Katja, okay. Genau. Wenn man das neben seinem Job erlernen möchte, wie ist denn da der Zeitansatz in etwa? Weil es muss ja auch zu bewältigen sein. Ja, absolut. Da würde ich jetzt mal, das ist der Zeitpunkt, wo ich jetzt mal hier in die Runde frage. Da sind ja einige, die bei mir jetzt gerade in der Ausbildung sind. Könnt ihr das mal authentisch beantworten? Kann man das neben dem Job machen? Wer hat da Lust, mal was zuzusagen? Weil das ist aus euer Munde natürlich anders. Ja, Petra. Also ich arbeite Vollzeit und bin fast alleinerziehend, weil mein Mann viel unterwegs ist und ich kriege das locker hin. Also wir haben auch sehr viel Zeit und selbst wenn du, also es gibt einige, wir sind jetzt in der, drei Monate sind wir, Ja. Also in der Hälfte der Ausbildung und es gibt einige, die haben die, sage ich mal, Vokabeln noch nicht gelernt, aber alleine dadurch, dass wir halt immer üben zusammen, kriegst du so viel mit, dass das manchmal fast gar nicht so wichtig ist, sondern eher dieses Wahrnehmen und klar musst du ein bisschen Zeit investieren, um das dann zu lernen, aber du hast sehr viel Zeit. Also ein halbes Jahr hast du Zeit. Okay. Und dieses Üben findet das jetzt in diesen Mittwoch-Sessions statt oder macht ihr unter der Reihe dann auch nochmal, dass ihr euch so verabredet und sagt, komm, hast du nochmal mit mir Lust, sich zusammenzuschalten und wir üben das jetzt nochmal? Ja, das machen wir auch. Genau, also es hat jetzt leider leidlich geklappt, aber mit der Elisabeth, die da auch drin ist und der habe ich mich zum Beispiel live getroffen und genau, also wir sind da schon gut vernetzt, auch, dass wir halt Fragen in diesen Chat reinstellen können, also dass du halt, wenn du halt Probleme hast, dann sind alle immer gleich dabei. Und du arbeitest Vollzeit auch? Ich arbeite Vollzeit, ja. Okay. Dankeschön. Gerne. Ja, schön. Danke, Pet. Für diesen wunderbaren Abend hat mir ganz viel Freude gemacht. Meine Herzenergie hat sich wieder aufgeladen, wie immer, wenn ich mit diesem Thema verbunden bin und ja, euch alle hier um mich habe und danke wirklich für euer Interesse und ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar von euch nochmal hier mit mir in das Miteinander gehen, ob beim nächsten Meditationsabend oder wenn ihr natürlich auch Lust habt, in die Ausbildung noch einzusteigen dieses Jahr. Das wäre natürlich auch mega und ihr wisst, wo ihr mich findet und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und vertrau dich und alles Liebe und lasst es euch gut gehen. Tschau! Tschau!